Musik Herzlich willkommen zum TTS Knowledge Transfer Forum 2008 hier in den wunderschönen Räumen der Printmedia Akademie der Heidelberger Druckmaschinen AG. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, Menschen optimal im Rahmen von Veränderungsprozessen auf die Veränderung vorzubereiten und zwar sowohl im mentalen Bereich als auch im fachlichen Bereich. Diese Net Generation, die könnte, die ist kompetenter im Umgang mit Technologien. Sie sind eher aktive Nutzer als passive Konsumenten und ich denke YouTube und andere Medien unterstreichen das. Sie ziehen visuelle Informationen, Texten vor. Wir reden im Bereich Telmanagement sowohl von dem Recruiting von neuen Mitarbeitern, also Interesse wecken bei Mitarbeitern, bei neuen Mitarbeitern, bei Potentialkandidaten, sie anwerben. Im nächsten Punkt kommt diese Phase des formellen Lernens, das heißt, ich habe diesen Push des Wissens in Richtung der Mitarbeiter, weil hier muss ich ja sicherstellen, dass sie diese Inhalte sich angeschaut und angehört haben und da werde ich typischerweise Classroom, Training oder E-Learning dafür einsetzen. Es kann natürlich das Produkt abgerufen werden über das Portal, über den TT Accelerator. Es kann natürlich als ein eigenständiges WBT offline und online bereitgestellt werden. Ich denke mir, dass es ein Anliegen von uns allen sein sollte, nicht nur IT-Kommunikationsfähigkeit herzustellen, sondern auch, dass Grundbildung ein wichtiger Standortfaktor für Deutschland ist.